Das war mein Mann. Etwas Dringendes ist zu Hause dazwischen gekommen. Ich muss leider sofort wieder gehen. Tut mir leid, Ma'am, aber wir dürfen Sie nicht entlassen ohne ärztliche Zustimmung. Okay. Können wir dann dafür sorgen, dass ich die bekomme? Ich fürchte, der Arzt ist nicht verfügbar. Er ist nicht hier, ich weiß, aber das ist ein Krankenhaus mit sechs Stockwerken, voller Mediziner, also... Das sieht unser Ablauf nicht vor. Dann ändern Sie ihn. Ich muss unbedingt jetzt nach Hause gehen. Ich habe kranke Kinder. Leider verpflichtet uns die Einweisung, die Sie unterschrieben haben, sie 24 Stunden hier zu behalten. Scheiß doch auf meine Unterschrift. Geben Sie mir das Telefon. Haben wir Ärger hier mal? Nein, haben wir nicht. Ich will nur ein Taxi rufen, damit ich hier weg kann. Wir drehen uns ein wenig im Kreis. Im Kreis? Wir sind doch vernünftige Menschen und können uns einigen. Geben Sie mir das Telefon. Nein, 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 nein. Lassen Sie mich los. Das ist völlig unmöglich. Was? Fuck, nein! Scheiße, was haben Sie?